Herzlich Willkommen meine lieben Fußballfreunde hier zu einem kleinen Video FIFA 13 und wir schauen mal eben kurz rein. Wir haben hier Chimanga, der eine rote Karte bekommen hat in einem Spiel zuvor und ist für ein Spiel gesperrt. Okay, ist nichts Außergewöhnliches, man kann schon mal eine rote Karte bekommen und dann sind die Spieler halt für ein Spiel gesperrt oder für zwei Spiele oder auch für drei Spiele. Und ja, dieser Spieler ist jetzt schon seit 13 Spielen gesperrt. 13 Spiele. Ich weiß nicht, was da los ist bei EA, ob da wirklich nur komplette Vollhonks rumsitzen, die, ich weiß auch nicht, das ganze Jahr einfach nur rumpimmeln, an unserem Geld reiben und sich dann eine Woche vor Release dann mal so langsam an das Spiel ran machen. Ich weiß es wirklich nicht, was da wirklich los ist. Auf jeden Fall, Chimanga, rot bekommen, ein Spiel gesperrt. Ich habe ihn jetzt, wie ihr gerade gesehen habt, auf die Reservebank gesetzt. Ich kann ihn nicht auf den Tauschstapel stellen, weil man rot gesperrte Spieler nicht auf den Tauschstapel stellen kann. Und deswegen dachte ich mir, gut, Reserve, da muss er ja auch sitzen, um die Rotsperre abzusitzen. Also, ab auf die Reservebank und wir spielen ein kleines Spielchen. Ja, das werde ich jetzt ein bisschen zusammenschneiden und euch auch nicht irgendwie das komplette Spiel hier zeigen, sondern, ja, nur so 1, 2 kurze kleine Highlights und was danach passiert, könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken. Und vor allen Dingen die Leute, die mir bei Facebook folgen. Ich habe da schon mehrere Nachrichten an EA geschrieben, was das denn da für ein Haufen ist, wo die sich da rumtummeln. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall, gut, schauen wir mal kurz rein hier in das Spielchen. Ich spiele FIFA Ultimate Team mit dem FIFA 13 Early Release und spiele hier in einer Liga, eine Online-Saison. Und zeige euch mal eben kurz das geile Tor hier, also wie geil FIFA gemacht ist. Seid falls ihr, kommt der Torwart ran und, oh, man muss FIFA einfach lieben. Also, ich weiß es wirklich nicht, was denkt ihr euch dabei? Also, die Reaktion vom Torwart hier, zweimal glänzend pariert oder einmal glänzend pariert und dann sowas. Er guckt da noch hin und der Ball rollt einfach nur rein. Ja, egal. Auf jeden Fall, 61. Minute. Ich mache noch ein Türchen. Hier so einen kleinen Moonwalk-Dance. Und der Gegner hat dann auch keine Lust mehr. Geht raus. Und, ja, das spugen wir mal eben kurz vor. Zack. 4-1. Hier muss ich einen kleinen Blackscreen einfügen, weil ich euch noch nicht zeigen will, in welcher Liga ich bereits bin. Beziehungsweise, wie viele Coins ich schon habe. Das kommt ja alles noch in meiner Liga 1 Race to Division 1. Und, gut. Alles klar. Spiel ist gespielt. Schauen wir mal kurz auf die Mannschaft. Ja, Bastians hat keinen Vertrag mehr. Ja, und unten Chimanga ist immer noch rot gesperrt. Fällt immer noch für ein Spiel aus. Was zum Teufel ist da bitte los, EA? Könnt ihr mir das bitte erklären? Bitte, bitte, bitte. Ich raff es einfach nicht. Ich kann den Spieler nicht... Also, ich möchte ihn nicht verkaufen. Ich kann ihn gar nicht verkaufen. Ich kann ihn nicht auf den Tauschstapel stellen. Ich könnte ihn höchstens abstoßen. Aber das will ich ja nicht, weil der Spieler ist ja auch ein bisschen was wert. Und, ja, wäre geil, wenn es dazu eine Erklärung gibt. Ich bin raus. Schreibt mal bitte in die Kommentare unten, ob ihr auch solche Probleme habt. Macht's gut, haut rein, ciao mit V. Vielen Dank.